Musik Ciao Aphrodite, wir sind zur Hochzeit des Peleus und der Thetis eingeladen. Jippie! Die Hochzeit des Peleus und der Thetis steht an. Ja, mein Gemahl, ich freue mich sehr. Alle sind sie eingeladen, nur ich nicht. Dafür sollen sie büßen. Ich werde einen Streit zwischen Athene, Aphrodite und Hera entfachen. Der Apfel der Schönheit soll zwischen sie fallen und sie in ewigen Streit versetzen. Und jetzt soll ich entscheiden, wer die Schönste ist. Das geht nicht. Immerhin sind Aphrodite und Athene meine Töchter und Hera meine Gemahlin. Ich werde den trojanischen Prinzen Paris rufen lassen. Er soll entscheiden, wer die Schönste ist. Sei gegrüßt Paris, wenn du dich für mich entscheiden solltest, sollst du die schönste Frau der Welt zur Gattin bekommen, Helena. So soll es sein. Du sollst die Schönste sein. Musik Musik